Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokeraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 1058 schauen wir von Mr. Knock YouTube nur ein Haus an. So, das ist nur ein Haus. Aha. Ja, ist aus Holz gebaut. Wir können das Haus reingehen. Hallo, es gibt eine Klingeling. Ja, das ist schön. Okay, wunderbar. Perfekt. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Oh. Oh. Offensichtlich ist es nicht nur ein Haus. Irgendwie ein bisschen schade, das ist der Aufzug leider. Der Aufzug hat sich oben ein bisschen festgefahren, wie ich gerade gesehen habe. Das ist ein bisschen schade. Das kann leider ab und zu mal passieren. Wahrscheinlich ist irgendwas hier beim übertragenen Map passiert. Aber egal, lass uns mal reingucken, denn offensichtlich ist es natürlich nicht nur ein Haus. Regeln ist, glaube ich, klar. Auch bitte nicht. Oh, never gonna give you up. Ist klar. Joycraft und andere willkommen in meiner Welt. In dieser Welt habe ich ein unspektakuläres Haus gebaut. Die Ironie, die kannst du dir sonst wohin stecken. Nein, also tatsächlich ist es hier ein Underground-Haus, was wir haben. Und wenn wir auf der Minimap mal gerade gucken, dann ist das schon ein etwas größeres Underground-Haus. Lass uns mal schauen, was es hier alles zu sehen gibt. Also der Aufzug wurde irgendwie zerlegt. Ich war es nicht schuld. Ich war es nicht. In der Regel bin ich dafür verantwortlich. Aber in diesem Fall bin ich mal nicht dafür verantwortlich, dass der Aufzug kaputt ist. So, wir tun aber mal so, als wäre das nicht passiert. Willkommensbereich. Wir sind im Willkommensbereich dieses Werkes angelangt. Was haben wir in ein Kontrollzentrum? Ein Zug tritt nur für die befugten Menschen, die wahrscheinlich über einen solchen Hauptschlüssel verfügen. Ich nutze diesen da, um mich einer Tür zu nähern. Yes! Die mich in einen wunderbaren Kontrollbereich bringt. Das hat so richtige Reds und Bunker-Vibes, ne? Aufzug-Status. Finde ich cool. Das ist ein schönes Detail, wenn der Aufzug funktionieren würde. So, äh, was haben wir hier? Mensatür-Sperren, Admentür-Sperren von außen, Hauptaufzug-Sperren, Licht an, aus. Also Basic-Funktionierung zum Haupt-Kontroll-Raum. Warte mal. Ich finde es immer lustig, wenn ein Knopf an der Wand ist, der, der, der was machen soll, aber irgendwie nichts macht. Ach, der ist gesperrt. Er ist gesperrt. Hier, lies mal, Joe. Warum ist der gesperrt? Moment, Moment, Moment. Was ist denn das? Ach, ach, das ist bestimmt sowas wie, äh, Notfallsystem oder so. Ähm, das ist immer das Problem. Ich, ich boxe nicht mehr durch, weil es mich einfach mal interessiert, was, was das passiert. Also wir haben hier einen Minecraft und wir haben hier eine relativ gigantische Bunkeranlage. Das sieht tatsächlich wieder spektakulär aus. Und, Leute, ihr kommt immer auf verrückte Ideen. Oh, 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 look at that. Okay, das ist tatsächlich mal jetzt da. Oha, Aufzug-Status. Oben, oberell. Es gibt noch mehr Aufzüge. Ich hoffe, dass die funktionieren. Was haben wir hier? Das, das ist der Haupt-Kontroll-Raum. Wait, 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 okay. Warte mal, warte mal. Das Ding ist ja gigantisch groß. Lass uns, lass uns vielleicht wirklich einfach mal hier in diesem Willkommensbereich beginnen und nicht den, den Kontrollzentrum, weil das Kontrollzentrum ist nur ein kleines Mini-Kontrollzentrum. Das große ist woanders. Do not enter or give the animal food. Aber hier ist kein Animal. Das passiert halt, wenn man dem Animal tatsächlich kein Food gibt. Ja, toll. Das ist toll. Leute, das mache ich bei mir zu Hause auch. Ich stelle ein leeres Aquarium hin. Schreibt bitte nicht füttern. Ash slash technically the truth. Denkt mal drüber nach. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Mensa. Aber das kann ja doch nicht alles sein hier, oder? Warte mal, warte mal. Irgendwie blicke ich gerade gar nichts. Sind wir? Moment. Das ist eine Mensa. Hier kann ich essen. Okay, 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 okay. Ich habe was zu essen bekommen. Sehr nice. Das ist schön. Und wir haben auch eine Tür. Aber warte mal. Irgendwas sehe ich gerade nicht, oder? Weil, wo geht es denn weiter? Oder kann der Fahrstuhl weiter nach unten fahren? Nein. Hä? Oder, was ist das? Oh! Oh, das ist gut versteckt. Das ist gut versteckt. Und das hier scheint der eigentliche Eingang erst zu sein, das Ding. Hier haben wir ein Lazy-Bahnhof-System. Finde ich immer schön. Viele Sachen könnt ihr euch auch als Tutorial von Kanaka gucken. Und jetzt auf der Minimap seht ihr gerade die Größe des eigentlichen Dings. Das ist amtlich. Okay. Jetzt aber. Jetzt aber sind wir angekommen, tatsächlich. Wir haben hier eine relativ große Lobby. Und da ist unser Hauptaufzug. Wir haben sogar zwei Aufzüge. Oha. Okay, jetzt bin ich neugierig. Funktioniert der Aufzug? Runter. Ja. Die Türen gehen zu. Gehen die jetzt hier auf? Ja, warte mal. Warum komme ich da nicht raus? Ach, das ist ein Aufzug, der nicht auf mehrere Stockwerke geht, sondern nur hier unten ankommt. Geht die auf? Okay. Hat funktioniert. Sehr gut funktioniert. Detailarbeit? Oh. Schade, ne? Kein Zutritt. Bitte benutzt die Treppe. Wow. 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 Also, super. Genial. Na, okay. Ey, aber warte mal. Warte mal, Leute. Hier ein ganz, ganz kleines Detailarbeitsding. Achtet mal auf folgendes. Der Aufzug fährt runter. Und ich hoffe, dass der andere... Ja. Ja. Sehr schön. Das möchte ich sehen, Leute. Das ist der Grad an Perfektion, den ich haben möchte. Klar, es werden jetzt einige von euch meckern, das ist aber nicht so schön gebaut hier, The Geocraft. Da gibt es nur andere Einsendungen. Ja, aber es ist ja auch nur ein Haus, was wir uns angucken, ne? Ne, aber was wirklich cool ist, ist die Detailarbeit. Ein Aufzug fährt hoch, einer fährt runter. Denk mal drüber nach. Wenn ihr zwei Aufzüge macht, dann ist das eigentlich das Sinnvollste. Warum baut ihr sonst zwei Aufzüge? Ja? High Capacity. Möglichst viele Leute damit reisen lassen. So. Hier unten gibt es einen kleinen Brunnen. Der obviously... Es war so offensichtlich, dass da unten was drin ist. Also offensichtlicher geht es ja gar nicht, ne? Ich meine, da hätte man sich auch vielleicht Mühe... Ich kann nicht schwimmen. Hallo? Schwimm? Schwimm? Joe, möchtest du schwimmen? Danke. Was haben wir denn Schönes hier? Du hast das erste Secret gefunden. Benutzt den Schlüssel, um das zweite Secret zu finden. Secret Item. Wahrscheinlich ist das ein Secret Item, wo ihr einen Schlüssel suchen könnt. Okay, okay, okay. Was bietet denn uns dieses Haus? Also wir haben einen unterirdischen relativ großen Bunker. Und mich interessiert mal, was es hier alles so schön ist. Es gibt kein Eingang. Baustelle. Glaube ich nicht. Doch, glaube ich. Was haben wir hier oben? Das ist der Hauptkontrollraum. Den haben wir bereits schon mal gesehen. Das ist das, wenn wir jetzt hier reingehen. Denke ich mal, kommen wir in dem Raum raus, den wir vorhin unabsichtlich mit der Bahn erreicht haben. Ja, genau. Und jetzt würden wir gerade interessieren, warum funktioniert das in der Fahrstuhl eigentlich hier nicht? Oder Aufzugstatus? Welcher Aufzugstatus? Moment, was für ein Aufzug ist das? Ist das der defekte, kaputte Aufzug vom Eingang oder der große Aufzug in der Mitte? Weil da sind ja zwei Aufzüge. Ich hätte dann vielleicht sowas hier gemacht. Dann wüsste man quasi, dass der eine Aufzug gerade oben ist und der andere unten irgendwo steht. Egal. Was haben wir denn hier? Was können wir steuern hier? Was ist das? Wir haben Nebenkontrollsystemsperren. Das war, das war das. Das war, glaube ich, dieses Dings da. Und wahrscheinlich hat das was mit der Treppe zu tun, ne? Hauptaufzugsperren. Mensa nachts schließen. Ist cool, dass die Nacht schließt. Gute Idee. Aufzug Fernstart. Trotz Sperre. Komm, Bro. Den Knopf hat er nur eingebaut, damit man die Animation hier sieht, was? Aber wir sehen keine Animation. Checkt eure Einsendungen, ob sie funktionieren, bevor ihr sie abschickt. Denn ansonsten gibt es genau solche Foupas. Tag, Nacht. Testen wir. Es ist Nacht. Ja, wenn beide aktiv sind, dann regnet es. Sehr nice. Aufzug Nacht sperren. Wie fies, dass man den nachts sperrt. Nebenkontrollminder. Okay, alles klar. Sieht gut aus. Und was ist das hier für ein Knopf? Lockdown. Ach, das ist Licht hier oben. Lockdown. 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 Der Sound klingt, als ob gerade irgendwas verwandelt worden ist, Leute. Okay. Wir haben Lockdown. Witzig. Witzig. Was ist das jetzt hier? Ah, da haben wir ein Feedback für die Aufzüge. Finde ich gut, Leute. Also es ist tatsächlich ein geiler Kohl- und Trollraum. Tatsächlich sowas zu haben, dass man auch ein Feedback gibt und zeigt, wo die Aufzüge sind. Und das Ganze weiterzuentwickeln. Was haben wir noch Schönes? Hier haben wir Willkommensbereich. Da kommen wir her. Licht. Okay. 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 Was ist das? Ist gesperrt. Wahrscheinlich gerade wegen der Tageszeit. Wir haben Dat Farm. Okay. Wir haben automatische Farmen integriert. Relativ einfach. Kein Eingang. Baustelle. Super. Sieht nett aus. Wir haben diesen Bereich hier. Was haben wir hier Schönes? Ja. Es kann sich öffnen und schließen. Ist klar wie Klosbrühe. Hier kann man das Ganze sperren. Was ist das denn? Ach so. Es geht hier nach unten auf die unteren Etagen. Interessant. Was ist das hier? Das Lager. Oha. Wir haben ein eigenes Lagersystem. Oh. Und wir haben ein IMS Lagersystem. Das heißt, wir haben quasi die Möglichkeit, dass Minecraft aus dem Lager Items herausholen kann. Und so können wir dann Items zum Beispiel irgendwo hinbringen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Was haben wir hier Schönes noch? Wir haben ein Hotel. Lass uns da auch nochmal hinfahren, Leute. Und uns das Hotel mal angucken. Relativ lautes Winecard. Bringt uns zum Hoteltrakt. Was haben wir für ein Hotel? Was wird hier angeboten? Kasse. Es gibt drei Klassen. Es gibt drei Klassen hier im Hotel. Jo. Ein Goldblock, ein Diamantenblock. Komm, lass uns mal Luxus nehmen. Wie schnell geht das? Verarbeitung dauert einen kleinen Moment. Wenn Block wieder rauskommt, dann alle Räume schon ausgebucht. Schlau. Auch ein Payback-System zu machen ist immer wichtig, Leute. Dann einfach so etwas nehmen und dann Pech gab. Danke für die Spende. Machen wir nicht. Wenn es nicht zu lange dauert. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ungeduldste JoCraft. Eins. Was passiert denn hier? Auf der Minimap sehe ich die ganze Zeit, wie hier Dinge herumfahren. Und ein paar Fische. Aber auch nur ein paar Fische. Ja. Das sind auch nur so ein paar Fische hier unten drin. Naja. Es ist PETA-konform. Alles gut. So. Wo ist mein Zimmer? Okay. Tatsächlich ist das Hotel noch im Bau, wie ich gesehen habe. Aber ich habe jetzt einfach mal heimlich eine Karte ercheatet, um euch zu zeigen, was es nämlich hier noch zu finden gibt. Denn, wie es bei überall noch Baustellen und es werden noch einige Zimmer gebaut. Aber, Leute, was ich auch wieder ein sehr nice Detail finde, ist, dass es hier im Luxuszimmer einen Film gibt, den man sich angucken kann. Das fährt, oha, nett. Und der Film, der nennt sich Die zerquetschte Biene. Heute in 4K wird präsentiert von Zerquetschi. Sehen wir die zerquetschte Biene? Nein, wir sehen doch nicht die zerquetschte Biene. Wir sehen einfach nur Biene Maya und ihre Freunde. Langweilig. Ich dachte, es wird ein Actionfilm. Oder wird es vielleicht doch die zerquetschte Biene? Das ist jetzt die Frage. Ja! Es ist tatsächlich der Film Die zerquetschte Biene. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen. Ich verwechsel die beiden Filme immer miteinander. Spoiler, das Ende wollte ich nicht sehen. Ei, ei, ei. Oh, brutaler Film. Wirklich. So ein brutaler Film. FSK 18. Ganz schlimm. Die zerquetschte Biene. Kann ich euch nicht empfehlen. Also wirklich, ganz schlimmer Film. So. Und wir haben zu guter Letzt noch eine Küche. Also. Es ist vieles tatsächlich noch im Bau. Aber die Idee dahinter ist doch auch mal wieder genial, Leute. Einfach sowas zu machen, dass man ein Haus macht und sagt so, das ist nur ein Haus. Mehr nicht. Und dann ist da plötzlich etwas Gigantisches drunter. Wenn ihr auch solche Ideen habt, macht es gerne. Sendet es ein, Leute. Vielleicht schaue ich es mir an. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr diese Einsendung selbst nochmal erkunden möchtet und rausfinden möchtet, was es noch gibt, Link in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald. Und ciao, Leute.